Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich habe euch ein schönes Lied gewünscht. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich habe euch ein schönes Lied. Sechstehen ist es ja doch. Aber ja. So, Bodifrau live dabei. Wie gerade unser Hauptmann Kurt Winger, von den Baradous Accords ist, einen Tanz tanzt. Er darf leider Gottes nicht beim Konkurs teilnehmen, sondern er wurde verspätet am späten Abend, wo fast kein Mensch mehr da ist. Und dann tanzen. Weil ja das für alle Leindänzer nicht unbedingt die größte Ornweide ist. Also viel Spaß mit Kurt Winger und seinem Tanzen. Also viel Spaß mit dank. Aber ja das war nicht so gut. Aber ja, ich weiß nicht, aber nicht so gut. Aber ich kann dann das nicht auch mal raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.